Wir wollten das Produkt neu erfinden. Wir haben gesagt, man geht Richtung Cloud. Kunden haben immer weniger Wünsche von Hardware. Darum haben wir gesagt, wir haben gemeinsam Trimble und Desktop Studio zusammen. Wir haben ein neues Produkt, das natürlich auch die Bedürfnisse erfüllt von allen unseren Planern und Ingenieuren, wie aber natürlich auch ausführende Betriebe, wo auch ein 3D-Zeichnungssoftware in Mies als Band haben. Und für das sind wir zusammen da und bedienen natürlich auch den Kunden auf seine Bedürfnisse.